Oha, meins meins meins, meins meins, meins 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 meins, alles meins, alles meins, alles meins, alles meins 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 Ja, das ist auf jeden Fall, es sind zwar nur 15 Prozent, aber alle Hallo? Sind verständlich. Ja, meine Güte. Guck sich das an. So, wie sehe ich aus? Ladies and Gentlemen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah, baby. I'm six in the end. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Oh, es gibt einen Content-ID-Treffen, sag ich euch, das war so gut nachgesungen. jetzt da äh schlägt der Filter an so ihr haben wir glaube ich schon durchsucht ne er hat ja mal gar nichts dabei er war ja mal ein halber voll die Flaute hier kleiner Seelstein ja halli hallo liegt hier vielleicht noch irgendwo so ein Ding rum hallo hm hallo hm hallo hm hallo ähm wird schon wieder ein bisschen weich in der Birne was ähm ok pass auf jetzt ähm dann machen wir die oder im Morgengrauen bringe Meridiasstern zum Berg Kilkreoth oder was haben wir denn sonst noch hier oh nö machen wir das oder das machen wir nächste Quest angeklickt Attack upon us was haben wir denn sonst noch in wir haben wir noch ältere Quests auch noch die Talmau wurden von der Rüge der Drachen genauso überrascht wie wie ich habe rausgefunden dass sie die Lüge der Lüge laut Delfine ist achso ja das ist ja quasi Hauptquests noch ne komm wir machen die mal da das hat so die hat so schön mit uns gesprochen oder weiß es nicht wir könnten natürlich auch hier mal gucken ich weiß ja nicht ob ich wieder irgendwo ah wir könnten vielleicht Moment ähm wir gucken hier nochmal ins Fertigkeitenmenu und ähm ob wir irgendwas Zerstörung hier vielleicht kann ich hier nochmal skillen Verstärktes Feuer oder Wiederherstellung wer 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 unterrichtet denn Wiederherstellungszauber war das nicht ich läuft hier gemächtet das Erzmal ist dass wir da jetzt zu Hause habe ich jetzt ja mitbekommen ein Spurs aber dunkel meine Güte Veränderung verbessert auf 31 das geht ja ja es geht ja zu das ist ja unglaublich guck mal ja einen kleinen ganz persönlichen Garten hier sogar Vitrine die gehören ja jetzt mir oder wie sehe ich das oh Moin Ordnung muss sein das ist ja jetzt alles meins oder oh meins 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 alles meins alles meins alles meins meins starken Ausdauer meins 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 Ah mein Bett mein Truhe meine Frau mein Haus mein Boot Kleiderschrank mein Kleiderschrank mit meiner Kleidung wow cool ähm mein Ziegenkäse rad alles klar wollte ich schon immer mal haben ne oft bin ich früh aufgewacht schweißgebadet und gedacht meine Fresse hättest du jetzt doch ein Ziegenkäse rad bei der Hand dann ne schläfst du auch immer so unruhig wenn du weißt du hast keins schlimm hm 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 ich glaube das war schlecht hier können wir absolut mal gar nichts anfangen wir gehen mal wieder raus und Arkanaeum ne das war nicht hier ist wir müssen mal eine andere Halle und dann äh guck mal ob ein von diesen Pennern hier ja war das denn hm wie gehen wir hier rein Halle der Leistung das klingt doch gut oder waren wir auf jeden Fall schon ich weiß wir waren ja schon so ich komme in Frieden tut mir nix ja teuf dir jetzt pass auf teuf dir jetzt pass auf teuf dir schutzzauber ok ich will aber keinen schutzzauber lernen ich will hier wieder Herstellung ich brauche immer noch Hilfe wenn ihr die Zeit erübrigen könnt was ne ist mir in Ruhe man ich will hier was trainieren was bist du für einer unmund die leute von Himmelsrand auch in Zukunft einen Ort an dem sie Magie studieren können ah ah die Falle oh mein Falle du kannst uns bestimmt nix beibringen vielleicht müssen wir noch eins nach oben oder so das sind ja alles Schüler hier oder wie oft teuf dir weiß es grad nicht hm Moment ich geh mal eins hoch und guck einfach mal was passiert so wer ist denn hier alles am Start hier liegt mal gar keiner auch sehr schön hier auch nicht au servus herzmagier siegreich die Akademie Himmelsrand ganz Tamriel schuldet euch großen Dank das los ja tschüss ähm ja guck mal hier liegt auch noch einer vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen auch die Harkin ist ich mit ich möchte ich nicht äh mit euch quatschen sondern ich möchte trainiere und kann ich nicht kann ich doch so ähm dann gehen wir mal ich geh mal hm ich geh oder ja ich geh mal in diese andere Halle noch da war ja noch eine ne dann gehe ich einfach meinen die rechts links äh ich äh orientierung wie die Bockwurst ne bis da ja hier so geradeaus durchbrechen Halle der Bekräftigung das klingt äh ja kräftig bekräftigen wir uns mal ein bisschen oh guck mal was liegt hier alles rum guck mal das muss ich gar nicht mehr klauen hier als als Magier durch das selbstverständlich mitnehmen ähm ich bin ja der Chef ne was willst du sagen ach so und das gehört dann doch dir oder was ähm gestor ja zum Beispiel alles klar okay lass mich lass mich raus lass mich raus lass mich raus okay bei ihm können wir hier trainieren sehr schön so jetzt müssen wir nur noch die finden für Wiederherstellung Illusionszauber lass mich in Ruhe Illusion will ich nicht ich will Wiederherstellung wo ist ey ich eskaliere ne bist du schon ne ach du meine Güte gibt's ja hat das Ding eine zweite Etage sieht so aus okay dann gehen wir da mal hoch mach's also gut ich hab nichts gesagt alter du kannst nicht einfach dich hinstellen und also gut rumschreien hier so würdet ihr sagen die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? würdet ihr? oh yes ja ähm natürlich gut natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen es gibt aber Individuen und ich will keine Namen nennen die dem widersprechen würden es kann einem das Leben erschweren wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen die man betreibt ja klar aber nicht so rum äh 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 genau wir trainieren wir trainieren und zwar äh festdenken so 30 volle Kanne sehr schön so und dann gucken wir noch mal was die Braut zu verkaufen hat es gibt aber unbeschwörungen für jene die sie anwenden können ja Bekleidung was hat sie denn hier? Bücher guck mal hier beständiger Schutz oh ja meine Güte heilende Hände oh habe ich sie jetzt gekauft? ach verdammt das wollte ich gar nicht ha 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 what the fuck scheiße leichter Schutz das haben wir schon Niedel und Ode vertreiben oh das klingt auch gut Schnellheilung heil den zaubernden 75 Punkte wäre auch nicht schlecht nehme ich auch mit äh oder ist Feuerstumms Bekleidung was hast denn da das wahrscheinlich nichts was besser wäre als unsere Lobe oder ich guck mal Wiederherstellungszauber nein Magiker ok ja aber du hast mir geholfen du du bist ja echt ne schnieke Braut ja ha gefällt mir du zu dir komm ich nochmal du ähm so jetzt war so bei dir war ich bei dir schon die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen die uns noch mit dem übrigen Himmels ach ihr bekommt das schon hin wenn nicht hat Urak vielleicht ein Buch parat das ihr lesen könntet äh nein das kann ich nicht ich habe genug zu tun kannst du nicht warum nicht was los mit dir ach ja du hast ja auch keine weißt du um an euren Fertigkeiten zu feilen halt die Frisse ach ok der ist uns keine Hilfe die Wiederherstellung ist eine völlig aber mich nicht so lässt euch von niemandem etwas anderes erzählen natürlich nicht natürlich habe ich verstanden du hast jetzt auch glaube ich nur 30.000 mal erwähnt oh guck mal hier Vitrine darf man mitnehmen sehr schön ich lesen ist ja auch noch was drin ja meine Güte oh jetzt gehen sie aber ab hier ja die Seelensteine die brauchen wir zu so klopfen wir mal das Bier hier runter geht nicht schade eigentlich so jetzt pass auf ähm wir lesen jetzt mal unser falsch ähm unser neues Buch wir haben heilende Hände was passiert da heilt bei Zielen die keine untoten Adrenalin oder Konstrukte sind 15 Stadenspunkte pro Sekunde damit hätten wir zum Beispiel Kuriose heilen können alles klar habe ich verstanden Zauberbuch Schnellheilen das auf jeden Fall mal und äh ja gut das halt auch mal und äh ja so dann gehen wir rein unsere Zauber und das ist äh Wiederherstellung wahrscheinlich Schnellheilung so in die Favoriten heilen die Hände weiß nicht wollen wir das mal in die Favoriten kloppen nee komm das lassen wir mal weg so jetzt möchte ich das aber mal angucken hier ähm wo ist das andere Zauber hier wieder Herstellung Schnellheilung hm hm das ist irgendwie besser oder? hm hm ich mach das mal das gefällt mir irgendwie besser das gefällt mir besser das gefällt mir besser und weil mir das besser gefällt ähm kommt das für die Nummer 3 so so und dieser leichte Schutz der ist scheiße dann nehmen wir wieder diese Steinaut hier glaube ich vielleicht auch nicht so machen wir das ok Kinder so dann guck ich mal auf die Uhr und ich sehe ok voll auf nem Zeit voll so und weil dem so ist werden wir jetzt hier eine Pause machen dann kann ich ähm auch mal hier nochmal ne Schlückchen trinken und mein Magen fängt auch langsam an leicht zu knurren der schreit nach Nahrung und Energie und deswegen werden wir hier den Cut machen ähm als nächste Quest steht dann dieses morgengrauen an das klingt extrem spannend ähm finden wir das denn schnell in der Karte Moment hab ich's angewählt ja ich hab's angewählt so gehen wir mal kurz noch in die Karte und dann gucken wir mal wo ist das denn äh ist das hier? ja Statue für Meridien oh der war und sie nicht steht denn sie schon echt der war und sie ja macht ja nix so da gehen wir hin im nächsten Part und äh bis dahin sag ich tschüss ja 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 ja